Luciano Zauri, Italien, ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Vereinskarriere Luciano Zauri debütierte für Atalanta Bergamo im Mai 1997 in der italienischen Serie A. Zur nächsten Saison wurde er für ein Jahr an den zweitligisten AC Schifo Verona verliehen und kehrte anschließend nach Bergamo zurück, die in dieser Saison aus der Serie A abstiegen. Zauri entwickelte sich bereits mit 20 Jahren zum Stammspieler bei Bergamo und konnte in der Saison 1999-2000 still den Wiederaufstieg in die Serie A feiern. Er blieb seinem Jugendverein bis zur Saison 2002 03 treu, als der Klub erneut aus der Serie A abstieg. Für geschätzte 6 Millionen Euro wechselte Zauri zum Hauptstadtklub Lazio Rom, bei dem er sich nach zwei Jahren einen festen Stammplatz erkämpfen konnte. Bereits in seiner ersten Saison bei Lazio gewann er mit der Coppa Italia seinen bislang einzigen großen Titel. Ab Januar 2007, als der bisherige Kapitän Massimo Ordo zum AC Mailand wechselte, war Luciano Zauri Kapitän der Bianco Celesti. 2008 wechselte er für 3,2 Millionen Euro-Ablöse zum Liga-Konkurrenten AC Florenz. Von 2009 bis 2011 war er an den Liga-Konkurrenten Sampdoria Genua ausgeliehen. 2014 beendete er bei Pescara Calciko seine aktive Karriere. Nationalmannschaft Zauri gab sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Italiens am 5. September 2001 in einem Freundschaftsspiel gegen Marokko. Bis zu seinem letzten Länderspiel im November 2002 kam er zu insgesamt fünf Länderspielleinsätzen. Auch danach wurde er noch mehrfach in den Nationalkader berufen, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Erfolge Italienischer Pokalsieger 2004. Trivia Im Januar 2013 geriet Zauri verstärkt in den Fokus der Medien, als er während eines Restaurantbesuchs in Rom einem siebenjährigen Mädchen das Leben rettete. Das Mädchen sei nach dem Toilettengang in einen nur provisorisch abgedeckten, vier Meter tiefen Wasserschacht gefallen. Zauri organisierte ein Seil und zog das Kind aus dem Schacht. Zudem stellte sich heraus, dass es sich dabei um die Enkelin des bekannten polnischen Fußballspielers Zbigniew Bonik handelte.